Informationen zu einem verschollenen Tempel versuchen wir in den Archiven von Burg Silbersee zu finden. Und ob dem so ist, das schauen wir jetzt einfach mal. Hier liegt jetzt wahrscheinlich sowieso einiges an Zeug rum. Zum Beispiel Rezepte habe ich hier gerade schon eingesammelt. Noch ein Rezept. Und das hier ist die alte Karte von Argan. Quests aktualisiert. Die alte Karte. Was muss ich denn mit der jetzt machen? Rede mit Lord Gavan. Okay, also wir können uns nicht mal die Karte angucken. Sondern müssen direkt wieder hier rumlatschen und hoffen Lord Gavan gleich zu finden. Aber das steht zum Glück hier am Lagerfeuer. Ich habe eine alte Karte gefunden, auf der tatsächlich ein Tempel im Weisaugengebirge eingezeichnet ist. Aber die Karte enthält keinen Hinweis, wie man zu dem Tempel gelangt. Nun, vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Mich haben vor ein paar Wochen zwei Magier aus Tushu aufgesucht, die dasselbe Anliegen hatten wie du. Wer waren diese Magier? Ich kann mich leider nicht mehr an ihren Namen erinnern, aber sie waren im Auftrag der Bruderschaft unterwegs. In Tushu kann man dir sicher sagen, wer sie waren. Dann werde ich nach Tushu gehen. Ich dachte mir schon, dass du diesen Weg einschlagen würdest. Deshalb habe ich Giltur befohlen, diese Schriftrolle bereitzustellen. Denn du musst wissen, der Weg nach Tushu wurde während des Erdbebens von einer Gerölllawine verschüttet. Diese Schriftrolle enthält einen Zauber, der Steine in Bewegung versetzt. Ich wollte mit ihrer Hilfe den Weg nach Tushu räumen. Doch nun gebe ich sie dir. Aha. Trophäe bekommen leider keine neue Ausrüstung oder sowas. Gucken, was gilt man noch zu sagen hat. Du hast unseren Baron gerettet. Wir alle danken dir. Ihr müsst mir nicht danken. Dass ich Lord Gavan gerettet habe, war doch selbstverständlich. Wäre es aber nicht für jeden gewesen, mein Freund. Und nicht jeder wäre dazu in der Lage gewesen. Wo habt ihr denn das Gerümpel untergebracht? Im Wachturm. Dem mit dem spitzen Dach. Noch eins. Was kannst du mir über das Archiv erzählen? Wie alt ist es? Alt. Uralt. Die Schriften sind viel älter als die Burg, die erst von Robar II. errichtet wurde. Von Robar II.? Dem letzten König von Myrtana? Ja. Damals hat Lord Trontha hier in seinem Namen regiert. Wir Setarifa haben dem ein Ende bereitet. Nun herrscht Lord Gavan auf dieser Burg. Der Bruder von Esorn VI. Irgendein Wachturm. Vielleicht sind da ja Zangen drin. Muss ich jetzt direkt mal gucken. Und ich würde auch immer noch gerne handeln. Aha. Hier kann ich handeln. Oh, ein neues Schwert habe ich gekriegt. Cool. Hier verkaufe ich jetzt auch mal alles, was nicht ausgerüstet ist. So. Von den Schriftstücken auch hier die Rezepte. Oh, mal gucken. Das muss ich wieder zurückkaufen. Gut. Dann rüsste ich mal das neue Schwert aus. So. Aha. Hier gibt es tatsächlich... Jetzt Dinge zu mitnehmen. Lord Trontas Nachlass. Aha. Finde einen Weg zu Trontas Versteck. Wo das wohl ist? Mal gucken, ob da irgendwas steht. Mal gucken, ob da irgendwas steht. ...geküsst haben. Aha. Das muss ja dann theoretisch hier irgendwo sein. Das muss ja dann theoretisch hier irgendwo sein. Hm, hier nicht. Hm, hier nicht. Aber das muss ja dann aber... ...ig Okey. So. Jetzt noch wüsste, wo ich herkam. Ich glaube, hier kam ich her, weil ich zu so einer Tür reingelaufen bin. Hier wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Hier ist es also. Gehe ich gleich lang, aber hier ist es eh zugestellt. Das war die Quest schon. Vielleicht ist hier oben noch irgendwas. Nicht so berauschend viel, aber immerhin hat die Quest einen Ring abgeworfen. Na gut. Den gucke ich mal im Inventar auch an. Na ja, der ist cool. So. Logbuch, wo geht es denn nach? Benutze die magische Schriftrolle bei dem Geröll. Gut, da mache ich mal einen Wegpunkt hin. Dann speichere ich nochmal ab, nachdem wir ja das jetzt alles hier erledigt haben. Und wir machen uns mal auf nach Tushu. Und da muss ich nochmal auf. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt muss ich ja da vorne schon wieder an der Lurker-Gruppe vorbei. Wenn das nicht so dumme Gegner würde ich es ja mal wieder probieren. Becher mal kurz ab. Ah, der hier steht sogar... Ihr anderen dürft ruhig mal da bleiben, wo ihr seid. Ich will nur einen. Der andere ruckelt sich da im Hintergrund entlang. So, wir werden die doch wohl nicht alle hier erledigt kriegen. Mensch, so schwer sind die ja gar nicht mehr. Aber ich hab die ja auch schon ein paar Mal angegriffen. Okay. 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 So, tatsächlich alle besiegt. Gut. Das geschehen ja wirklich noch kleine Wunder. Und dann gibt's auch irgendwas zum holen. Okay. Und dann gibt's auch irgendwas. Okay. 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 Wo sind denn die Handbandagen? Hier. So, die hab ich jetzt auf L1 und hoch. Das ist quasi die Doppelbelegung. Hab ich die jetzt mal hingelegt. Oh, hier sind die Kupplenz hier. Ah! Wow! 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 Hier war doch ein rostiges irgendwas. Rostiges Schwert und ein Heilkrank. Schön schön. Ich glaube den Bereich hier hatte ich noch nicht so gründlich gesäubert. Aber viel mehr als Heilpflanzen und sowas wird es hier sowieso nicht geben, habe ich im Gefühl. Ich weiß nicht, dass ich nicht so gründlich bin. Ich weiß nicht, dass ich nicht so gründlich bin. Oh. Ich weiß nicht, dass ich nicht so gründlich bin. Ich weiß nicht, dass ich nicht so gründlich ist. so 545 erfahrungspunkte gibt es dafür damit steht auch das nächste level ab vielleicht schon wieder ins haus und ich glaube das ist so die art von gegner die jetzt im zu schulern zum standard wird also stein golems und alles mögliche dass er sieht auch wieder richtig hübsch aus was zum media meine klinge ist spitz kannst du spüren was willst du reden über einen tempel hier im gebirge du willst doch reden oder gut damit sind wir in tushu angekommen und das hier vorne dieser große baum ist so ein zentraler anlaufpunkt hier und damit würde ich jetzt für heute das video erstmal beenden und dann gucken wir mal was in tushu so alles angefahren lauert und das erfahrt dann im nächsten video bis dahin sage ich tschüss und bis zum nächsten mal